Ja, wie sagt man so schön? Neuer Tag, neues Glück, neues FAQ oder so ähnlich. Ich hatte euch ja gestern versprochen, dass es ein paar zwei dazu gibt und heute ein paar gemischte Themen, beispielsweise meine Meinung zu Phantom. Dann gehen wir kurz auf eine Börsenthematik drauf ein, auf Portfolio-Bewertungsvideos, nochmal ganz kurz auf BitTensor, den Disbelief von einigen Investoren und Persönliches. Und am Ende noch Cointracking-Fragen. Da wir recht viele Fragen haben, würde ich persönlich sagen, ich äußere mich recht präzise, damit wir auch alle Fragen durchbekommen. Erstmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal TekkenKrypto, freut mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich direkt rein. Lass mir gerne noch ein Like da, es hat mir gerne den Support. Und wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, FAQs, Krypto-Vorstellungen, Portfolio-Bewertungen, dann lass gerne ein Abo da. Und weiter am Text, ich würde sagen, wir starten rein nach dem Disclaimer. Kommentar des Tages, ich höre dir gerne zu. Ich finde sowas persönlich immer sehr, sehr cool zu hören, weil es natürlich was Persönliches ist und wenn es positiv ist, umso besser. Ich wurde gefragt, welche Meinung ich zu dem Projekt Phantom FTM habe. Was sage ich denn dazu? Phantom ist eine Kryptowährung, die im letzten Run ordentlich durchgepumpt ist. Wenn wir uns mal den All-Time-Chart anschauen, da waren auf jeden Fall einige Gewinnmitnahmen möglich. Zum Swing-Traden war die Kryptowährung auch sehr, sehr gut und wurde natürlich irgendwo im Zuge dessen in diesem Bernmarkt extrem stark abgestraft. Alles, was recht stark steigt, muss auch irgendwann fallen. Wir waren bei Phantom zwischenzeitlich bei ca. 17 US-Dollar Cent. Vor kurzem tatsächlich auch nochmal und sind jetzt ganz gut angestiegen. Das heißt, die Kryptowährung ist natürlich alles andere als tot. Recht gutes Gloom-Market-Cap auch recht weit oben. Das heißt, mit der Kryptowährung wird man mit einem richtigen Einstieg auch bestimmt jetzt noch ordentlich Gewinne mitnehmen können für den nächsten Bullrun. Die Frage ist natürlich gut, möchte man eine Kryptowährung haben, die im letzten Bullrun schon ordentlich performt hat? Oder möchte man lieber auf neue Kryptowährungen setzen? Ich habe per se nichts gegen Phantom, aber es hatte mich auch nie wirklich gereizt, diese Kryptowährung jetzt in mein Portfolio mit aufzunehmen. Kann auf jeden Fall eine interessante Kryptowährung sein von meiner persönlichen Gewichtung. Ich gewichte Kryptowährungen immer ganz gerne mit persönlichen Prozentzahlen. Zum Beispiel, mein Portfolio bildet 100%. Und da kann man natürlich abwägen, okay, wie viel Prozent möchte ich in Kryptowährung A oder B drin haben? Bei Bitcoin 40%, 60%, 20%. Das heißt, bei Bitcoin kann natürlich eine ordentliche und eine große Prozentzahl angemessen sein. Dann beispielsweise bei XRP 5% oder 10%, dass man irgendwo so einen Richtwert hat. Und bei Phantom würde ich persönlich nicht mehr als 5% meines Portfolios investieren. Das wird aber bestimmt auch viel mit persönlicher Präferenz zu tun haben. Ich fokussiere mich lieber auf Kryptowährungen, die noch keinen Run hingelegt haben. Wir sehen ja, die performen aktuell auch wirklich sehr gut. Und das Thema hatten wir in den letzten zwei Videos auch ordentlich diskutiert. Ansonsten kam eine Frage, die recht interessant war. Und zwar, hey Taken, lese immer öfter, dass man seine Coins nur auf Börsen auszahlen sollte, die eine EU-Lizenz besitzt. Da man sonst Probleme bekommen könnte, könntest du denn dazu etwas sagen? Danke dir. Und an sich kann ich dem Ganzen zustimmen. Ich würde persönlich sagen, man ist auf der sicheren Seite. Wenn man eine Börse benutzt, zumindest beim Auszahlen, die EU-reguliert ist. Deswegen meine ich persönlich auch immer, Bitwavo ist die Börse meiner Wahl, wo ich sehr, sehr wahrscheinlich auch meine Krypto-Gewinne auszahlen werde. Denn wenn wir große Gewinne im Buran mitnehmen, dann wird so oder so die Bank anschlagen. Und das heißt, es macht nicht viel Unterschied, ob wir jetzt uns vor Bitwavo da nochmal rechtfertigen, in Anführungszeichen. Das heißt, dass wir denen die Informationen geben, unseren Krypto-Steuerreport beispielsweise abgeben oder einen Herkunftsnachweis oder was auch immer sie wollen. Denn bei der Bank müssen wir das sehr, sehr wahrscheinlich nochmal tun. Das heißt, dass es für mich da angeht natürlich kein extra Step. Und die Frage ist gut, inwiefern wird denn eine Bank sowas erlauben, wenn man es beispielsweise von Maxi auszahlen lassen würde. Das heißt natürlich nicht, dass man nur Bitwavo verwenden sollte, aber genau deswegen hat diese Börse bei mir auf jeden Fall einen ordentlichen und großen Use Case. Und wenn man Kryptowährungen auf Bitwavo kaufen kann, dann würde ich das persönlich da auch machen. Und die Small und Micro Caps ganz easy auf Maxi, das ist zumindest mein Fahrplan. Und natürlich die Kryptowährungen, soweit es geht, sofort von der Börse runter. Dann kam ein Kommentar von Brandhauer. Guter Beitrag, es ist noch immer ein guter Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen. Die Währung wird sich laut vielen Experten positiv entwickeln. Ich habe in einige Coins, die du aufführst, durch einen Sparplan investiert. Bitpanda bietet Sparpläne, kann ich nur empfehlen. Sparpläne sind an sich eine wirklich coole Sache. Somit nimmt man sich gleich etwas Stress und timet den Markt sozusagen weniger. Wenn man von der Kryptowährung überzeugt ist, dann kann man auf jeden Fall Sparpläne machen. Mein kleines Problem bei Bitpanda ist folgendes. Wenn ich mich recht erinnere, haben die wirklich, wirklich hohe Gebühren. Das war beispielsweise auch ein Grund, warum ich Krypto.com gewechselt bin, weil die wirklich zu teuer waren. Aktuell ist es auch für Bitwavo beispielsweise noch nicht möglich, einen Sparplan zu integrieren. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das tatsächlich auch bald kommen wird. Das heißt, falls für euch Sparpläne interessant sind, dann checkt gerne die Börse Bitwavo aus. Denn das sollte in Kürze kommen. Und Sparpläne an sich eine wirklich super Sache. Plus mit dem Link unten in der Beschreibung sicherst du dir natürlich nochmal 10 Euro Startgut haben und unterstützt damit meine Arbeit. Und um die Broker- und Börsenthematik mal abzuhaken, fand ich auf jeden Fall auch interessant. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen, also ich kaufe meine Kryptos nach der FTX-Pleite nur noch über einen deutschen Broker. Und bezogen auf Cointracking, ich denke, dieses Tool ist nur für Kryptobörsen gedacht, werden Verluste auch angerechnet. Ich persönlich finde, Broker haben an sich natürlich schon irgendwo eine Daseinsberechtigung. Aber ich würde keine Kryptowährung auf Brokern kaufen, egal wie shady FTX war oder sonst was. Ich finde persönlich, Broker sind einfach nicht dazu gemacht. Denn Kryptowährungen sind da, um sie selbst zu verwahren. Und das ist bei Brokern meistens nicht möglich. Trade Republic beispielsweise. Ja, man kann tatsächlich auch einige Broker auf Cointracking mit benutzen. Das heißt, eToro sollte gehen. Ich hatte damals mal eToro benutzt, um Bitcoin zu kaufen. Finde ich nicht sonderlich cool. Ich würde die Kryptowährung immer auf Börsen kaufen. Am besten natürlich auch auf Börsen, wo man selber Vertrauen drin hat. Oder ganz einfach Selbstverwahrung. Ansonsten würde ich mal sagen, wir gehen von den Börsen weg und gehen zu Portfoliobewertungen. Von Jürgen. Wer hat in dem Alter bei so einem Kackjob fast 60.000 Euro bzw. Dollar zum Investieren? Er bezog sich natürlich hier auf dieses Video Bauarbeiter23. Das Portfolio neu bewertet. Also ich kann es natürlich viele Gründe haben. Aber ich finde, man sollte schon mal einen netteren Ton an den Tag legen. Jeder Job hat seine Daseinsberechtigung. Und dieser Job leistet auf jeden Fall realen Mehrwert. Das heißt, man sollte sowas auf jeden Fall mal mehr respektieren. Im Internet ist es meistens so, dass solche Wörter mal fallen. Damit muss man sich natürlich auch irgendwo arrangieren. Im echten Leben würde das tatsächlich eher weniger der Fall sein. Beziehungsweise wäre das im echten Leben tatsächlich einfach nur traurig, so eine Aussage. Aber um auf die Frage seriös zu antworten. Es gibt viele, viele verschiedene Gründe. Im jungen Jahren hat man beispielsweise wenige Ausgaben. Vielleicht unterstützen einen die Eltern noch. Vielleicht haben die Eltern das Geld angelegt für die Person. Und die Person konnte damit machen, was man möchte. Es gibt viele verschiedene Gründe. Und genau das ist auch ein weiterer Grund, warum ich immer sage, Ja, vergleicht euch nicht mit anderen. Es bringt einfach nichts. Wichtig ist der Fokus auf sich selber. Ich habe die Portfolio-Fragen auch mit reingenommen. Da recht viele Portfolio-Fragen immer kommen. Beispielsweise hier von Patrick. Bin 27. Auch aus der Schweiz. Und ich würde mich mal wundern, was du von meinem Portfolio hältst. Ich bekomme solche Nachrichten tatsächlich öfter, als man denkt. Und leider bin ich aktuell wirklich überladen mit Portfolios. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne auf Telegram schreiben. Instagram bin ich nicht so aktiv. Ich werde da aber auch mal ein Bild hochladen am Sonntag, dass man wenigstens mal irgendein Bild hat da. Aber ich bin da aktuell sehr, sehr überlastet. Bestimmt zwei bis drei Monate Futter habe ich auf jeden Fall, wenn ich wöchentlich ein Video hochlade, weil wirklich so viele Leute da angefragt haben. Und auch Leute, die schon im März angefragt haben, beispielsweise fast ein halbes Jahr her. Deswegen würde ich die erstmal ganz gerne abarbeiten. Und die letzte Portfolio-Thematik. Gutes Video. Würde mich nur wieder freuen, wenn du die Kursziele für die einzelnen Kryptos wieder einblendest, wie in den vergangenen Bewertungen. Das kann ich auf jeden Fall wieder machen, wenn man sehr, sehr viele Kryptowährungen im Portfolio hat. Dann zieht sich das meiner Meinung nach zu lange und dann bietet es auch nicht so einen großen Mehrwert. Aber ich kann das auf jeden Fall gerne versuchen, wieder einzuführen. Außer es sind jetzt 27 Kryptowährungen oder so. Aber es hat 10 Likes bekommen. Das heißt, ihr wollt das sehen. Das heißt, ich versuche das natürlich auch einzurichten. Und ich würde mal sagen, wir widmen uns der Bitten zur Thematik. Wir haben schon wieder ein neues All-Time-High. Schaut euch das bitte an. 156 US-Dollar innerhalb von einem Tag 12% bzw. 16% wieder angestiegen. Das ist immens. Das ist heftig. Und deswegen wollte ich es auch nochmal mit aufgreifen. Ich habe nämlich damals auch einen Kommentar bekommen. Zumindest innerhalb dieser Woche. Würde ihn für 40 Dollar nochmal kriegen, dann würde ich ihn gerne kaufen. Der Einstieg ist mit 80 Dollar natürlich okay, aber nicht mehr interessant für mich. Das meine ich, wenn der Zug einmal abgefahren ist, dann wären selbst 80 US-Dollar ein ordentlicher Einkaufspreis. Ein 2x Roundabout von dem Zeitpunkt, das ist heftig. Aber so schnell kann es gehen, das kann man natürlich vorher nie wissen. Aber es ist tatsächlich meistens so, immer diese 40 US-Dollar. Das bedeutet natürlich nicht, wenn wir uns hier bei den 40 US-Dollern damals immer bequem gemacht haben, dass der Zug dann nicht irgendwann abfährt. Das ist tatsächlich meistens so, wir sehen diesen riesen Anstieg. Und dass wir jetzt nochmal auf die 40 US-Dollar fallen, da muss tatsächlich noch einiges passieren. Und wenn wir diese Quant-Referenz ziehen. Im letzten Jahr ist das Ding natürlich extrem durch die Decke gegangen. Und der einzige Grund, warum wir hier nochmal weiter runtergebrochen sind, war der FTX-Crash. Unglücklich für Quant, aber im Endeffekt gut. Bittend zu Hause eine volatile Kryptowährung. Im Kryptomarkt ist generell alles möglich. Aber ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, auf solche Preise. Und man muss dann natürlich auch, wenn man die Kryptowährung wirklich kaufen möchte, nach oben adjustieren. Wenn man die Kryptowährung nicht so interessant findet, ist es auf jeden Fall okay. Wir gehen mal weiter. Wir haben nämlich noch einige weitere Kommentare. Und zwar, BitTensor ist gehypt. Kein Produkt, aber viel Potenzial. Bla, bla, bla. Die einzige KI-Firma ist Vajot, die schon ein Produkt hat. Da stelle ich mir erstmal die Frage, ist BitTensor wirklich gehypt? Viele sagen auch gut, BitTensor ist eine YouTuber-Krypto. Das heißt, die YouTuber hypen diese Kryptowährung extrem hoch. Die Frage ist, seit wann? Also mein erstes Video kam von vor neun Monaten. Da gab es auch noch nicht viel Content hier auf YouTube. Das heißt, Tao war eigentlich noch nie eine YouTuber-Krypto. Wir sind, by the way, auch jetzt noch recht früh dabei. Und was gemeint ist mit BitTensor hat kein Produkt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil, was ist denn die Definition eines Produktes? Ich würde mal sagen, wir rufen dafür die Definition auf, die wirtschaftliche Definition. Unter einem Produkt wird in der Betriebswirtschaftslehre ein materielles Gut oder eine Dienstleistung verstanden, die das Ergebnis eines Produktionsprozesses ist. Oder auch hier Wirtschaftsgut, das von einem Unternehmen auf einem Markt angeboten wird und durch Kunden erworben werden kann. Ich würde mal sagen, wir beziehen das auf den Kryptomarkt. Und ich finde schon, dass BitTensor einige Dienstleistungen bzw. Produkte anbietet. Chat with Hall wird beispielsweise kommen. Wir haben Reply Tensor. Wir haben das Tao Studio. Dann haben wir aber auch noch Wikitensor und Tensor Space. Also da frage ich mich wirklich, wo hier kein Produkt da sein soll. Ja, das sind keine leeren Versprechen. Wir können diese Dinger tatsächlich auch schon verwenden. Also dieses Argument ergibt für mich nicht sonderlich viel Sinn. Und hier unten hat man einen Kommentar, was sich auf jeden Fall positiv ausgezahlt hat. Natürlich aus aktueller Sicht BitTensor ist bei 153 US-Dollar. Und zwar von Feuernudelkopf. Danke fürs Video, habe Tao bei 90 Dollar gekauft. Bisschen hoch, aber man muss irgendwann einsteigen. In meiner Research-Phase war der Preis noch bei 50 US-Dollar. Und war das ein FOMO-Kauf? Ich würde tatsächlich sagen, nein. Auch wenn wir lange auf 50 US-Dollar waren. Das heißt natürlich nicht, dass man die Kryptowährung sofort versteht. Oder dass die Research-Phase in ein oder zwei Tagen fertig ist. Ist auch vollkommen okay, wenn man sich da etwas mehr Zeit lässt. Aber wenn man dann versteht, wie viel Potenzial eigentlich drin ist. Dann wie gesagt 80 US-Dollar, 90 US-Dollar auch nicht sonderlich hoch. Dann wollte ich mich auch mal ganz kurz ein paar negativen Kommentaren widmen. Beziehungsweise Personen, die ihre Emotionen aktuell nicht so im Griff haben. Hör bitte auf, von einem Bullrun zu quatschen. Das stimmt einfach nicht. Wir sind in keinem Bull-Markt. Noch nicht. Wir befinden uns in einem riesigen Rising Wedge. Etwas Chart-Analyse würde dir gut tun. Da gibt es natürlich etwas Definitions-Spielraum. Ich würde mal sagen, wir lesen gleich das weitere Kommentar durch. Altcoin-Season scheint es dir echt viel Ahnung zu haben. Ob man es Altcoin-Season oder Altcoin-Rally nennt. Da ist der Unterschied meiner Meinung nach nicht so groß. Denn eine Altcoin-Season kann sich natürlich auch noch unterteilen in eine kleine Altcoin-Season, mittlere oder große Altcoin-Season. Ich denke mal, dass wir aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten keine riesengroße Altcoin-Season erwarten können, die sich jetzt über mehrere Monate streckt. Aber in der kleinen Altcoin-Season denke ich schon, dass wir die sehen. Wir haben zumindest Kryptowährungen, die jetzt gerade ein Allzeithoch machen. Und wir haben sämtliche Kryptowährungen, die den Bitcoin outperformen ohne Ende. Solana ist auf 62 US-Dollar. Kronos auch hier plus 62% innerhalb von den letzten sieben Tagen. Der FTX-Token 270% innerhalb von den letzten sieben Tagen. Ist das keine kleine Altcoin-Season? Und dieses Jahr bietet meiner Meinung nach auch noch Handelsspielraum für einen ordentlichen Anstieg einiger weiterer Altcoins. Und auch hier, wer sagt, dass wir uns in keinem Bullrun befinden, heißt ja nicht, dass wir jetzt beim Local Top sind oder so. Aber wir sind, zumindest meiner Meinung nach, und viele sind da auch gleicher Meinung, schon lange von dem Bärenmarkt weg, beziehungsweise entfernen uns von dem. Wie gesagt, die Phase bärisch zu sein, ist vorbei. Der Bitcoin-Preis ging das gesamte Jahr eigentlich nur nach oben. Schauen wir uns mal den Chart an. Das sieht schön aus. Und wenn man in einer Pre-Bull-Phase ist oder am Anfang des Bullenmarktes, dann ist man ja trotzdem im Bullrun. Und schau dir das bitte mal an. Bitcoin-Investor-Tool, Tuya, Movering Average, Multiplier können wir wie gesagt ignorieren. Wir sind bei keinem Local Top oder sonst was. Aber wir haben hier einen Bullischen Breakout gesehen. Und wir sehen, es geht seither steil nach oben. Versteht mich nicht falsch, ihr könnt gerne Kritik weiter äußern. Mir hilft das tatsächlich auch. Mein Ziel ist es, mich hier täglich zu verbessern und einen Mehrwert zu bieten. Dahingehend helfen mir natürlich positive Kommentare und sachliche Kritik. Nehme ich auch immer gerne an. Aber meiner Meinung nach sieht das hier sehr eindeutig aus aktuell. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, wir widmen uns anderen Kommentaren. Und jetzt kommen wir auch so langsam zum Persönlichen, beziehungsweise auch zu den Plänen. Ich wurde gefragt, hey Konstantin, ein Update zu Algorand wäre mal cool. Ich wollte tatsächlich ein Update zu Algorand machen und habe dann gesehen, dass die beiden einen Allzeitdruck gemacht haben. Deswegen musste dieses Video auf jeden Fall erstmal folgen. Algorand wird aber wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche auch kommen. Ansonsten geht es jetzt zum Persönlichen. Und zwar, geiler Typ, wann können wir die Ergebnisse deiner Bachelorarbeit sehen? Ja, wollte ich nicht im Kommentar beantworten. In einem Video kann man das ein bisschen besser thematisieren. Also, ich hatte ja meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich glaube am 20. Oktober. Dahingehend war das dann auch endlich mal fertig. Und die Phase war so anstrengend, dass ich nicht mal mehr Videos hier machen konnte. Also, da ist natürlich eine riesen Gap. Vier Wochen und zwei Wochen. Also, über eine Woche kam hier gar kein Video mehr. Ich glaube sogar zehn Tage. Und dann war ich wieder zurück. Musste mich erstmal wieder informieren über den Kryptomarkt. Und kann deswegen jetzt auch wieder fast täglichen Content für euch produzieren. Die Bachelorarbeit ist abgegeben. Ich muss nächsten Mittwoch verteidigen. Das heißt, aktuell ist ja Samstag. In vier bis fünf Tagen ist die Verteidigung. Beziehungsweise, dann bin ich auch durch. Und wenn man die Bachelorarbeit verteidigen muss, dann hat man eigentlich so gut wie bestanden. Außer man fammelt da halt hart rein. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Und dahingehend ist natürlich ein riesiger Meilenstein vorüber. Uni ist dann, denke ich mal, auch abgeschlossen. Die Ergebnisse der Bachelorarbeit. Ich sage mal so, wenn die Ergebnisse gut ausfallen, dann kann ich das gerne zeigen, wenn ich da jetzt eine 3 für bekomme. Es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Note ich bekomme. Da kann ich das natürlich auch gerne veröffentlichen. Beziehungsweise den Personen, die da Interesse haben, die kann ich das auch zusenden. Meiner Meinung nach ist die Arbeit wirklich cool geworden. Es hat sich gut gelesen. Ich habe da aber auch sehr, sehr viel Zeit mit reingesteckt. Für die Personen, die den Kontext jetzt nicht ganz kennen, ich habe eine Arbeit über den Bitcoin geschrieben. Und die Möglichkeit als Zahlungsmittel. Natürlich ist es speziell auf den deutschsprachigen Raum. War auf jeden Fall eine coole Erkenntnis. Ich denke mal, ich hätte eine Bachelorarbeit schreiben können, die viermal einfacher wäre. Das heißt, ich wäre viermal schneller fertig. Aber war so ein kleiner persönlicher Anreiz. Aber ja, die Ergebnisse der Bachelorarbeit sollten dann tatsächlich auch bald da sein. Ansonsten gab es noch eine weitere persönliche Frage. Und auch noch für die 50 Minuten ohne Aufnahme. Persönliche Frage, was hörst du an Musik? Da hatte ich tatsächlich recht viel geändert. Ich habe damals, so 2016, beziehungsweise 2014, habe ich viel Deutschrap gehört. 2016 habe ich dann angefangen, eigentlich nur noch Ami-Rap zu hören. Aber irgendwann wurde das tatsächlich recht langweilig. Und dann habe ich 2020, 2021 so einen kleinen Shift gehabt. Also so eine kleine Änderung. Und zum Arbeiten höre ich jetzt meistens Musik. Und da höre ich sehr, sehr gerne sowas. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das habe ich schon sehr, sehr oft gehört und fast schon überhört. Aber eben so eine recht entspannte Musik. Ansonsten höre ich zum Arbeiten tatsächlich auch sowas ganz gerne. Also echt krass, wie der Musikgeschmack sich geändert hat. Könnte ich auf jeden Fall mal reinziehen. Ist ganz entspannt. Ansonsten höre ich ab und zu immer noch etwas Rap. Und ich kann euch auch gerne mal eine Spotify-Playlist in die Kommentare packen, beziehungsweise in die Quellen. Aber da angehend hatte ich auf jeden Fall auch einiges geändert. Dann ein weiterer Kommentar, der mich gefreut hat. Und zwar Servus. Ich schaue mir sehr gerne deine Videos an. Interessante Themen ohne viel Wasser. Einfach sehr gut. Weiter so und viel Erfolg. So, es gibt mir natürlich auch die Motivation weiterzumachen. Und immer mehr Qualität in die Videos zu packen. Da wird sich auf jeden Fall noch einiges ändern. Der Hintergrund wird sich ändern. Ich werde sehr, sehr wahrscheinlich auch innerhalb von einem Monat oder innerhalb von zwei Monaten umziehen. Das heißt, man wird auch ein anderes Setup haben. Ich werde mir vielleicht auch eine neue Kamera holen. Das heißt, da wird auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen. Und diejenigen, die meine letzten Videos hier gesehen haben, da war ich ja bei einer anderen Location. Da war ich in Budapest. Ich fand die Location auf jeden Fall ganz cool. Leider war ich auch recht krank im Urlaub. Das heißt, das war alles andere als eine Erholung. Das war eher mehr Stress. Aber ich wurde auch gefragt, warum ich in Budapest war. Und was mache ich denn da? Eigentlich war es im Endeffekt so mehr oder weniger eine Belohnung dafür, dass ich halt die Bachelorarbeit plus zwei Arbeiten nebenher gemacht habe und dann auch irgendwie versucht habe, Sport unter den Hut zu bekommen. Das war eine sehr, sehr stressige Zeit. Und von der Zeit wollte ich mich natürlich auch irgendwo erholen. Gut, ging irgendwie mehr oder weniger nach hinten los. Aber ich konnte wenigstens noch einige Videos produzieren. Und Budapest war einfach so eine Sache. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stadt. Also jeder, der da schon mal war, ich denke mal, der weiß, wovon ich rede. Finde ich persönlich sogar eine schönere Stadt als Prag. Sieht unglaublich cool aus. Also eine wirkliche Empfehlung. Ich will da auf jeden Fall nochmal hin, aber dann hoffentlich auch im gesunden Zustand. Aber es hat jetzt keinen speziellen Grund. Ich arbeite ja so oder so ortsunabhängig. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht verpflichtet, immer irgendwo an Ort und Stelle zu sein. Das heißt, ich kann eigentlich von überall aus arbeiten. Das hat so einige Nachteile, aber auf jeden Fall auch einige Vorteile. Und deswegen konnte ich Budapest eigentlich auch ohne Probleme wählen. Und da wollte ich eben doch schon immer mal hin. Und ich würde mal sagen, wir widmen uns den Coin-Tracking-Fragen. Ganz kurz, ganz präzise, wie immer sehr informativ. Wie kann ich denn die Staking-Rewords von Tao in Coin-Tracking erfassen? Das ist so eine Sache, das würde ich auch gerne wissen. Und der Sache gehe ich auf jeden Fall noch auf den Grund dieses Jahr. Denn ich möchte mich nämlich mit den Coin-Tracking-Leuten auch nochmal zusammensetzen. Und da eine Möglichkeit für uns finden, wie man das am besten trackt. Ich habe gehört, bei Tao bekommt man die Staking-Rewards stündlich oder minütlich oder was auch immer. Das heißt, das geht recht fix. Und das alles in Coin-Tracking einzutragen, das ist natürlich nicht möglich. Da muss man ein bisschen abweichen. Ich möchte halt die beste Option herausfinden. Ich hatte ja auch schon mal ein Video gemacht, zum Beispiel hier. Krypto-Story-Porter-Stellen, da habe ich mir auch Hilfe geholt, damit ihr einfach da einen Fachmann habt, von dem ihr die Informationen bekommt. Und so ähnlich möchte ich das eben doch hier machen. Aber der Grund, warum das noch nicht gekommen ist. Erstens, Batcharbeit hat so unglaublich viel Zeit gefressen. Zweitens, da die Studentenphase jetzt vorbei ist, heißt das natürlich umziehen, Sachen packen. Setup möchte ich beispielsweise auch noch neu aufbauen. Die Steuern muss ich mich kümmern. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Aufgaben aktuell. Und deswegen kann ich das aktuell noch nicht allzu schnell machen. Aber ich möchte das auch nicht zu sehr auf die Gegebenheiten schieben. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich einfach etwas sage und das dann innerhalb von drei, vier, fünf Tagen machen kann oder innerhalb von einer Woche. Die Zeit wird es auf jeden Fall auch noch geben. Aber dieses Jahr wird es eben etwas schwierig. Und deswegen müssen aktuell eben noch ein paar Wartezeiten mit eingeplant werden. Und eine weitere Frage von Christian Klein. Frage zu Coin-Tracking. Wird jeder Coin einzeln nach dem persönlichen Steuersatz abgerechnet? Oder der gesamte Gewinn? Dann kann es ja sein, dass man 42% bezahlen muss. Natürlich, wie immer, alle Aussagen ohne Gewähr. Aber meines Wissens war es so, dass du ganz am Ende deine Einnahmen hast. Und dann musst du natürlich auch, sagen wir mal, du hast jetzt auch Gewinne realisiert. Und dann kommen die Krypto-Gewinne natürlich auch nochmal on top. Und dann kann das tatsächlich auch sein, dass du durch Krypto-Gewinne einen höheren Einkommensteuersatz hast und deswegen auch nochmal mehr bezahlen musst. Das gibt es tatsächlich alles. Genau deswegen finde ich persönlich so eine Steuertool eigentlich auch nicht verkehrt. Weil man da nämlich auch die Klarheit hat. Aber ja, es ist wie es ist. Deutsches Steuersystem kann man so sehen, wie man möchte. Kann man Fan von sein oder nicht. Machen muss man es leider trotzdem. Und deswegen auch die letzte Coin-Tracking-Frage. Aber gezahlt man auch Steuern, sobald ich Kryptowährungen innerhalb dieses Jahres wechsle. Sprich, die Kursschwankungen kaufe und den USDC wechsle, um bei einem Job wieder das gleiche kaufe und erst nach einem Jahr auszahlen lasse. Da meinte ich ganz trocken, ja. Wichtig, das ist für Deutschland so. Ich glaube, in Schweiz und Österreich gelten da andere Bedingungen. Checkt gerne mal dieses Video ab. Da habe ich mich ebenfalls mit einem Fachmann von Coin-Tracking auseinandergesetzt und einen Podcast aufgenommen, wo wir eben auf Staking auch drauf eingehen. Deutschland, Österreich, Schweiz. Und eben so ein paar Krypto-Steuergrundlagen besprechen. Verlinke ich dir gerne mal hier oben. Aber in Deutschland ist es zumindest so, das ist vollkommen egal, ob du die Kryptowährung hin und her tradest oder swaps oder so. Die Auszahlung hat da per se nichts mit zu tun. Sobald du beispielsweise USDC in Bitcoin, Bitcoin in Ethereum oder so, sobald du da einen Gewinn oder einen Verlust realisierst, ist es halt steuerpflichtig beziehungsweise steuerrelevant. Und dahingehend ist es tatsächlich auch meistens besser, einfach seine Kryptowährung zu hodeln. Aber ja, somit haben wir tatsächlich alle Fragen abgearbeitet. Mal wieder eine XXL-Folge. Morgen wird wahrscheinlich eine Portfoliobewertung kommen. Und das Casper-Video hatte ich euch ja schon vor einer Weile versprochen. Das wird nach meiner Bachelorarbeit-Präsentation kommen, weil ich habe keine Nerven, alles simultan zu machen, fünf Sachen gleichzeitig. Da schließe ich lieber erstmal die Bachelorarbeit ab. Habe dann nie wieder Probleme mit Uni und sonst was. Und da kann ich mich auch dem Casper-Vorstellungsvideo widmen. Und das Coole ist auch, dass wir dann vielleicht bald auch bei den 9000 Abonnenten sind und dann können wir gleich ein weiteres hinterherhauen. Aber somit war es das. Ich denke mal, ich habe für heute genug erzählt. Freut mich, dass du auch heute wieder bis zum Ende dabei geblieben bist. Schreib mir gerne mal unten die Kommentare, wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist. Hashtag bis zum Ende. Und auch gerne mal die Informationen geben, mit oder ohne skippen. Ich finde sowas immer sehr, sehr interessant. Denn wenn keiner bis zum Ende bleibt, dann muss ich auch nicht bis zum Ende reden. Ich denke mal, das ist ganz verständlich. Aber ich hoffe, euch hat der Mix mal gefallen. Auch aus vielen verschiedenen Themen. Die persönlichen Sachen beispielsweise könnten wir auch öfter mit einbinden, falls ihr da Interesse habt. Wenn nicht, dann können wir auch wieder Crypto-Only-Themen besprechen. Aber ich würde mal sagen, das war es von meinem Part für heute. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Video in der Portfolio-Bewertung. Peace out.